Gute Besserung Im Leben gibt es auch mal Zeiten, die manchen Kummer dir bereiten. Besonders schwierig wird es dann, wenn der Körper nicht recht kann. Egal ob dich der Kreislauf plagt, ein Virus lästig an dir nagt, die Psyche dich beständig quält oder dir was anderes fehlt. In diese Phase steckst du leider, hast auch darum keine Neider, wirst von Menschen brav liebkost, man spendet dir so manchen Trost. Dieser Reim soll dich beleben, einen inneren Schub dir geben, drum wünsche ich dir mit viel Schwung eine gute Besserung.